wenn wir ja auch heute müde müsst ihr wissen vielleicht sollten nicht erst um ein uhr ins bett gehen ne da kann es nicht liegen und runter diese drei minuten dauern irgendwie so ewig lange muss man sagen ne weil hallo sind schon fünf minuten wo ich hier drinnen bin finde ich jedenfalls ich habe verschwommen oh nein frau eine brille richtigen leute mit einer brille entweder wenn ich müde oder ich kann mich nicht mehr auf essen zentrieren beides lege grad was irgendwas hat sich jemanden erzählt nämlich dass hier ein bug war aber ich weiß nicht mehr wem irgendjemand hat was erzählt und da sie mir der bug gefixt war hat sie ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung mein hirn setzt aus heute ok scheiße ja das es das Park far zus ne die das ihr wir haben sowas geschafft ich musste rülpsen es tut mir wirklich sehr leid ich wollte das nicht ich bin ja ein gymnasium ich muss mich benehmen wie ein vornehmer her und zwar noch ein kind aber ja ja ausruhen ist nicht ich würde sagen wir holen uns jetzt noch unsere wir entsachen uns die sachen hier ja deutsch beste die brauche ich habe 10.000 für helde davon aus dem kleinen befinden von einem anderen hat da morgen weil ich mache nicht so oft auf normalen eher auf fälle drei malen brauchen wir bitte wie macht man das vielleicht andere aber egal ja wir haben so eine 6 jahre gekriegt von dem gestern und das jahr mal gestern habe ich als ich das ohne aufnehmen gemacht habe weg mit dem und jetzt aber endlich brauche man genauso viel grün nicht den willenstrank fuck ich darf den bildchen ja nicht bewegen ich nehme ja auf fug boah echt jetzt jetzt kriegen wir noch einen gelben bett mal genauso gut ihr seht ich kann setzen also dann leute ist was für heute war nur eine stunde und wie lange zehn minuten arbeiten ja ich habe heute kann es mir tut mir leid jeweils wenn ihr sehen wollt wie es weitergeht abonniert noch meinen kanal damit ihr nichts verpasst und wenn du wenn es euch gefallen hat lasst doch ein like da wenn ich lasst uns gleich da und bis zum nächsten mal leute dann bye bye ja hallo und herzlich willkommen jetzt ein kleiner einschub nach dem letzten video weil heute 31 also hello wien und ja ähm hat jemand in seinem pet germlet play genannt oder glp halt egal das wollte ich nicht sagen wir machen jetzt noch mal den festzahlen man sieht man kann nur einmal und ich habe dafür noch nicht jetzt halt irgendwie nicht heute schon reingegangen das ist bei jedem ich habe einmal gewesen weil nur so ihr werdet es ein paar tage später kriegen weil ich habe gerade mal hatte am ersten tag wie viel hat es da aufgenommen neun videos und im moment sind sekunde ist das haue ich jetzt auch schnell währenddessen werden es da lädt ich habe auch keine mutter weil ich einfach traurig bin ich habe jetzt noch drei folgen eltern übrig und dann noch das was ich am mittwoch aufgenommen hatte also das wo ich jetzt dran geschoben wurde und ja im ist ein paar tage später und wir machen uns jetzt ihr werdet kein großer unterschied bevor ende des dings jetzt sehen sage ich euch mhm immerhin ist alles jetzt eine 42 gruppe hier jetzt jedenfalls ja wir schauen uns jetzt an dann finden wir vielleicht das haus was machen wir nicht an und dafür die sound effekte aus ist doch irgendwie schon komisch zu ne ja ich bin für die idee auf dafür dass wir hier jetzt an machen ich bin hier alleine drüben und die da drüben sind zu feiern ach ja und ich sehe vielleicht im z der manuel erhält gar nicht ja das ist so und so ne und zwar weil wir am ende des dann sind es erst was erhalten natürlich aber das taktische fällt dieses sagen von chang gerade aufgefallen noch mal die ganz anders an so taktische feld und sonst würde jede zang nach höheren stimme muss man sagen weil ich weiß nicht wie man nach man soll aber ja irgendwie so erwachsen an so ich bin am stimmen bruch gewesen und ja jetzt richtig erwachsen dadurch an können wir da sein dass ihr das denkt jemand in deutschland hat er sich so komisch an welchen englischen ja ganz anders ich habe immer noch wie ein normaler zang an keine ahnung und wart ihr so auf helloween weg seid ihr so zu helloween weggegangen also ich persönlich nicht und ich habe trotzdem genug süßigkeiten also ja bei uns waren gerade mal vier leute drei vier leute ja ist doch gut eigentlich mehr für mich übrig ja habe erst überlegt auch gerade eben ob ich soll ich meine stimme mit aufnehmen oder nicht und ja ich wollte euch mal was fragen weil bei mir der wird nicht so richtig angezeigt und zwar wenn ihr jetzt hat zum beispiel die letzten videos oder halt wie es jetzt noch hochgeladen werden in zukunft also sieht nicht das jetzt jedenfalls ist es so dass ihr da auch seht das also sammels sieht oder weil wenn ich mir meine videos anschauen also wenn man im video manager sieht man meistens noch nicht den weil ich bearbeitet ist ja auch und wenn man da schreiben ob ich ob ihr das dann auch bearbeitet sieht schon oder nicht weil es kann sein dass es länger braucht nachdem ich auf die hochladen habe vielleicht anders sein als überhaupt nicht man überhaupt nicht zu sehen ist nach den ersten paar stunden müssen ein paar tage für hochladen hat jedenfalls würde mich mal interessieren bei euch persönlich weil bei mir ja wenn videos sind die vor kurzem hochladen wurden wo ich auch vor kurzem erst den hingesetzt habe den dann sehe ich nämlich keins nur mal so eine frage bei auf bei euch auch so ist und ich habe heute das erste video von skillnats unlimited hochgeladen aber und da habe ich auch immer das problem dass mir nicht angezeigt wird dass ich zum mail drin habe aber egal aber mir kommt hier nicht zuvor als würde mir elzert gut auf dem kanal ankommen der rest 0 oder ein aufruf von ihm traurig aber ja ach ja und es werden es brauche ich nicht erwähnen in diesem video weil es werden sie sowieso sehen wenn ich wieder in die schule gehe also ach ja jetzt weil wir haben wir noch auf ein leben und dann spielt jetzt noch mal zurück zum anfang des videos dann werdet ihr sehen ich hatte genauso viel leben magie 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 jeden back halt das war egal mit dem tag habe ich einlogge jetzt immer kaum leben egal was ich mache und jetzt hier nimm das und jetzt haben wir schafft nicht erhalten hatte man schon die schrott erzählt manuel hast du schon die schrott erzählt ich hoffe mal nicht für dich aber es geht ja auch nicht ein tätchen wie das was erhalten haben wir als erhalten kann man nicht ausschalten und war klar dass wir keine mvp-bonus kriegen weil wir so noob sind und keine schlechte waffe haben aber mit es ran und da haben ein item kriegt ein taschentuch mit punkten drauf keine ahnung wenn du mal schauen ein tanz na hello wie im geist und ja jetzt tanzen helving geist beim kopf und das war die geschichte eines jungen schülers der anscheinend wie seine hälfte ein item vergessen hat anzulegen also das wäre jetzt ja kein anschub gewesen ihr könnt jetzt ja noch mal auf leite drücken wir wollen nicht getan habt und ja ich würde sagen wir sehen das nächste folge video äh folge video wieder äh ja wir sehen uns nächstes video wieder wir freuen wenn ihr wieder dabei seid und ja bis nächstes mal leute bye bye bye